Kapitel 24 Ein Geheimnis? Aus Marius Sicht True? Keine Reaktion. Ihm ging es bestimmt gerade alles andere als gut. Verständlich. Welche halbwegs menschliche Person konnte ihm so etwas antun? Ich verstehe es einfach nicht. Darf ich reinkommen? Noch immer keine Reaktion. Ich öffnete vorsichtig die Tür. True saß am Bett, mit dem Kopf in die Hände gelegt und völlig fertig. Es brach einem echt das Herz. Ich ging auf ihn zu und hockte mich vor ihm hin. True? Ich schaute ihn mitfühlend an. Er schien seine Gefühle unterdrücken zu wollen, was ihm aber nicht wirklich gelang. Ich habe alles verloren. Er flüsterte diese Worte kaum hörbar und doch so laut, dass ich es verstehen konnte. Nein, hast du nicht. Wir kriegen das wieder hin, versprochen. Seine Hände waren schon ganz nass von seinen Tränen. So fertig hatte ich ihn lange nicht mehr gesehen. Wer auch immer das war, kann sich warm anziehen, wenn wir ihn finden. Wir kriegen gar nichts hin. Wie wollen wir das bitte erklären? Wie kann ich es zulassen, dass mich jemand hackt? True. Ich möchte bitte allein sein. Ich stand auf. Wie kann man nur so grausam sein? Ich verstehe es einfach nicht. Okay, wenn was ist, komm ruhig zu uns. Damit verließ ich das Zimmer. Bei den anderen Aus Winds Sicht Annika zeigte uns gerade, wie sich Drews Insta-Seite entwickelte. Sie hatte alle Bilder gelöscht und alles klargestellt. Die meisten Follower waren erleichtert und zeigten Verständnis. Somit wäre das erste Problem gelöst. Sie hatte auch das Passwort geändert. Das sagte sie uns vorerst aber noch nicht. Marius kam gerade aus der Küche und hielt Jimmys Handy in der Hand. Jimmy schaute nicht mal, was von Aldi mitbekommen zu haben. Er wusste vorhin noch nichts. Und da sein Handy hier ist, weiß er es wohl immer noch nicht. Naja, ich weihe ihn nicht ein. Da lasse ich euch den Vortritt. Das ist viel zu viel zum Erklären. Gab ich entschuldigend von mir. Wie eine Erhörung ging die Tür auf und Jimmy stand im Raum. Tut mir leid, dass ich nicht hier sein konnte. Wie geht es Drew? Wir schauten ihn alle irritiert an. Ähm, was ist denn los? Das war jetzt ehrlich gesagt schon sehr überraschend. Woher weißt du, dass es ihm nicht gut geht? Ich habe vorhin auf Insta gesehen, was sich da abgespielt hat. Jetzt wurden wir hellhörig. Womit warst du denn in Instagram? Wollte Annika wissen. Mit meinem Handy natürlich. Was wollt ihr eigentlich von mir? So langsam schien Marius wütend zu werden. Er griff in seine Hosentasche. Ich gab ihn durch ein leichtes Kopfschütteln zu verstehen, dass er noch warten sollte. Gibst du uns mal kurz dein Handy? Was ist denn hier los? Er tut dir fast schon so, als ob ich es gewesen wäre. Aber wenn ihr meint. Er griff in seine Hosentasche, wurde er aber nicht fündig. Ich schaute vielsagend in Marius Richtung. Er räusperte sich und holte das Handy heraus. Suchst du das? Jimmy schaute auf und verstummte. Wieso lügt er uns an? Was ist mit ihm los? Was verbirgt er vor uns? Was? Was?